Hallo, ich habe keine Zeit, deswegen fange ich einfach direkt an. Ich bin der Mero, ich mache heute die Koschonestunde mit dem Titel. Worum es geht ist quasi, ich habe vor anderthalb Jahren, war ich mal hier und habe eine Koschonestunde gemacht zum Thema Interval Tree Clocks. Das war damals so ein Paper, was ich gelesen habe, was ich ganz cool fand und fand, das sollten mehr Leute wissen und quasi dieser Vortrag ist jetzt die logische Fortsetzung von dem Vortrag von damals, nämlich warum. Damit ihr nicht, falls ihr das damals verpasst habt, trotzdem ungefähr wisst, worum es geht, kurzer Recap. Das erste, was wir irgendwie wissen müssen, was es ist, ist das, was sich die kausale Ordnung nennt, das heißt angenommen, wir haben so ein verteiltes System mit irgendwie mehreren Servern zum Beispiel, die ich hier mal A, B, C genannt habe, dann passieren auf diesen Servern, also das Grundproblem ist, Uhren sind nicht synchron und deswegen wollen wir etwas haben, was nicht die Uhrzeit ist, weil jeder Server hat eine anders schnell laufende Uhr, um irgendwie zu wissen, was wann passiert. Das heißt, wir haben irgendwie drei Server, A, B und C und dann können da jeweils so Dinge passieren. Jeder Punkt ist so ein Event auf diesem Server und das erste, was wir sagen für die kausale Ordnung ist quasi, wir wollen Events vergleichen, wann passiert Event A nach Event B und das erste, was wir quasi sagen ist, wenn es auf dem gleichen Server direkt hintereinander passiert, dann passieren sie hintereinander. Logisch, gell? Okay, so, jetzt wäre das kein verteiltes System, wenn das einfach nur Server wären, die wollen auch miteinander reden, die können jetzt irgendwie so Nachrichten schreiben und die zweite Sache, die wir also sagen ist, dass wenn ein Event A nach, äh, äh, quasi das Event B sendet eine Nachricht, passiert vor dem Event A, empfängt die entsprechende Nachricht und das erweitert unsere Ordnung, das heißt, jetzt können wir nicht nur Events vergleichen, die auf dem gleichen Server passieren, sondern auch Events, die auf unterschiedlichen Servern passieren, also zum Beispiel dieses Event passiert nach diesem Event und dieses Event passiert nach diesem Event, das heißt, dieses Event passiert auch nach dem oder dieses Event da hinten passiert auch nach dem Event, weil, naja, das passiert nach dem und 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 so weiter. Okay, verstanden? So, das heißt, kausale Ordnung, weil das quasi beschreibt, wenn Event A nach Event B passiert, bedeutet das quasi, Event A kann beobachten den Effekt, den Event B hatte. So, äh, und jetzt wollen wir irgendwie, die auch irgendwie ordnen können und damit arbeiten können und dafür brauchen wir irgendwie das konkreter, als irgendwie über Events und sowas zu reden und was ich hier jetzt kurz erwähne, sind halt Vektoruhren, ich habe damals über Intervall-Tree-Clocks gesprochen, das ist eine Erweiterung davon, aber Vektoruhren sind einfach zu verstehen, deswegen rede ich kurz da drüber. Äh, und was wir also machen ist, wir fügen jedem dieser, geben jedem dieser Server eine ID, die jeweils ein Einheitsvektor ist, also 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ne, und dann sagen wir, immer wenn ein Server ein Event, auf einem Server ein Event passiert, dann inkrementiert er einfach die Uhrzeit, die logische Uhrzeit dieses Events um seine ID, das heißt, Server A macht hier Events und inkrementiert die erste Komponente und macht Event und inkrementiert die erste Komponente und so weiter. So, das ist das Erste, was wir tun. Das Zweite, was wir tun, ist, immer wenn wir eine Nachricht verschicken, schicken wir unsere eigene Uhrzeit mit, das heißt, B sendet hier eine Nachricht an A und schickt halt mit, oh, die aktuelle Uhrzeit ist 0, 1, 0, und dann schickt A hier eine an B und sagt, oh, die aktuelle Uhrzeit ist 4, 0, 0, und A schickt was zurück und sagt, ah, meine Uhrzeit ist aber 0, 3, 0, und dann, wenn wir eine Nachricht empfangen, nehmen wir komponentenweise das Maximum, das heißt, unsere Uhrzeit war vorher 2, 0, 0, und wir kriegen jetzt 0, 1, 0 rein, naja, das Maximum muss 2 und 0 ist 1, ist 2, das Maximum muss 0 und 1 ist 1, das Maximum muss 0 und 0 ist 0, deswegen wird das 2, 1, 0, und dann gehen wir von da aus immer weiter mit unseren, wir addieren 1 drauf, das Gleiche passiert hier und hier und hier, ist das verständlich, es ist ein bisschen fix, aber ich hoffe, dass das anschaulich genug ist, um irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert, und jetzt haben wir so zu jedem Event, kriegen wir damit so einen Timestamp, so einen kurzen Vektor und der sagt, dann ist das passiert, und jetzt können wir sagen, ah, zum Beispiel, wenn wir dieses Event und dieses Event vergleichen wollen, nehmen wir einfach die beiden Vektoren her und gehen halt komponentenweise durch und sagen, okay, 1 ist kleiner als 3, okay, 0 ist kleiner als 1, 0 ist kleiner als 0, okay, dann ist offensichtlich das rote Event vor dem blauen passiert, großartig, oder wenn die Events nicht auf dem gleichen Kloten passiert sind, zum Beispiel hier, sagen wir, okay, 0 ist kleiner als 4, okay, 0 ist kleiner als 3, okay, 2 ist kleiner gleich als 2 zumindest, okay, also ist das rote Event wieder vor dem blauen passiert, obwohl sie eben auf unseren anderen unterschiedlichen Servern passiert sind, und da kommt eben genau dieses Maximum mit rein, dadurch, dass wir hier die aktuelle Uhrzeit mitgeschickt haben und dadurch, dass wir dann einen inkrementieren, beide dieser Operationen schieben immer nur jede Komponente nach hoch, die schieben sie nie wieder zurück, und deswegen gibt uns diese partielle Ordnung auf diesen Vektoren genau die kausale Ordnung, wie wir sie wollen. Und jetzt kann es aber natürlich auch passieren, dass wir ein Event haben wie dieses Event und dieses Event, da ist jetzt zwar, da ist drei größer als 0, aber eins ist kleiner als 2, und das heißt, es ist weder das eine größer als das andere, noch das andere größer als das eine, und deswegen sagen wir, die sind nicht vergleichbar, oder die sind concurrent, oder gleichzeitig, und das schreiben wir mit diesen Doppelpipes, und das sehen wir hier ja auch, also dieses rote Event hat keine Möglichkeit, das blaue zu beobachten, weil eben die Kommunikation passierte halt, bevor die jeweils passiert sind, und seitdem ist noch keine neue Kommunikation passiert, und dadurch können wir jetzt sagen, ah, okay, diese beiden Events waren wohl gleichzeitig, da sind wohl zwei Sachen gleichzeitig passiert. Okay? Cool, soweit zu Vektoruhren. Fragen? Großartig, ich gehe da einfach fix durch, so, und nun, warum das Ganze, naja, wir sind jetzt in der Lage, Events irgendwie kausal zu ordnen, ITCs, wie gesagt, sind eine Erweiterung davon, die es dann noch irgendwie erlauben, Knoten zuzufügen und wieder zu entfernen, so dynamisch, so im laufenden Betrieb, aber warum eigentlich das Ganze? So, und meine Antwort ist, ich will damit eine Datenbank bauen, und wir fangen mal klein an mit unserer Datenbank und sagen, wir nehmen einfach mal ein verteiltes Register, das ist einfach eine so eine Speicherzelle, da können wir irgendwie Dinge reinschreiben, und jetzt haben wir hier wieder unsere drei Knoten, und jetzt sagt er das zum Beispiel, und was wir jetzt quasi machen ist, jeder Knoten führt einen Log, und in dieses Log schreibt er alle Operationen rein, von denen er jemals gehört hat, einfach. Das heißt, A will jetzt irgendwie X auf 23 setzen, und dann schreibt er rein, A, an Uhrzeit 200, er inkrementiert seine eigene Uhr natürlich, um seine eigene ID, an Uhrzeit 200 habe ich 23 geschrieben, und dann schreibt B irgendwie 42 und sagt, A, an Uhrzeit 020 habe ich 42 geschrieben, und dann sagt A, A, ich habe da außerdem so eine 13 geschrieben, an 300, ne, also das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie was schreiben will, lege ich einfach in dieses Log ab, was ich geschrieben habe, und was meine logische Zeitstimme zu dem Zeitpunkt war, und jetzt kommt irgendwie C, und C ist Uhr geht falsch, deswegen macht er das irgendwie ein bisschen früher, und schreibt irgendwie, ah, um 002 habe ich eine 1 geschrieben. So, jetzt kann irgendwie jeder Server da irgendwie seinen Scheiß in sein Register schreiben, aber das ist ja noch kein verteiltes Register, das ist ja noch nicht irgendwie, was wir wollen, wir wollen ja auch, dass die miteinander reden, und deswegen führen wir jetzt diese Sync-Nachricht ein. Das heißt, B kann jetzt sagen, hey, A, ich bring dich mal up to date, und schick dem einfach mal so, blast sein gesamtes Log rüber. So, alles, was er weiß, alle seine Events. Und dann sagt A, okay, das sind folgende Events, die kenne ich noch nicht, die schreibe ich jetzt einfach auch in mein eigenes Log rein, und jetzt weiß A, jetzt kennt A alle Events von A und alle Events von B, okay, die bis dahin passiert sind. So, und jetzt ist der Punkt, bis hierhin war irgendwie so, naja, A, wenn A irgendwie wissen wollte, was ist eigentlich der Wert von X gerade, dann schaut A in sein Log und schaut irgendwie nach, A, okay, 23, A, okay, aber dieses 13er-Event ist später passiert, weil 300 ist größer als 200, deswegen ist X wohl offensichtlich 13, jetzt ist aber nach dem B hier, das seine Events rübergesinkt hat, hat A jetzt auf einmal das Event bei 300 0 und den Wert bei 0, 2, 0. Und da ist weder das eine größer als das andere, noch das andere größer als das eine, ergo sind die gleichzeitig passiert, ergo haben da wohl zwei Server gleichzeitig auf diesen Wert geschrieben. So, und das heißt, jetzt müsste man irgendwie Conflict Resolution oder so machen, eigentlich, so, um irgendwie zu versuchen, diesen Konflikt aufzulösen, aber für unsere Zwecke ist es jetzt einfacher zu sagen, naja, wenn irgendwie A wissen will, welcher Wert da drinsteht, dann kann da nicht nur ein Wert drinstehen, sondern dann können da beliebig viele Werte drinstehen und A gibt einfach alle konfliktierenden Rights zurück. Das heißt, A würde in diesem Augenblick sagen, naja, 23 wurde obsoletiert von 13, okay, aber 13 wurde nicht obsoletiert von 42 und vice versa, deswegen gibt er 13 und 42 zurück. So, und dann können wir danach auf dieses Konzept immer noch unsere Resolution raufmachen, weil dann haben wir ja beide Werte, ne, aber von A quasi aus der theoretischen Perspektive ist es halt irgendwie einfacher, das so zu behandeln erstmal. Klar? Okay, cool, und dann irgendwie sagt, kann A irgendwie wieder was schreiben und schreibt irgendwie Pi da rein und ihr seht hier, ah, by the way, ich habe hier oben jeweils reingeschrieben, was die aktuelle Uhrzeit des Knotens ist, also jeweils komponentenweise das Maximum aller Uhren, ne, und wenn A jetzt wieder einen Wert reinschreibt, ne, zum Beispiel dieses Pi, dann ist jetzt 420 größer als 020 und größer als 300, das heißt Pi ist jetzt auf einmal der neue Wert für A und der obsoletiert einfach alle vorher, weil jetzt hat A ja die Werte vorher gesehen, ne. Aber zum Beispiel hat A noch nicht dieses x gleich 1 gesehen, aber das ist okay für A, weil was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. So, und dann kann jetzt irgendwie A auch irgendwie nach C sinken und schickt irgendwie seinen ganzen Kram darüber. Und warum habe ich das hier rangebracht? Ich weiß nicht, äh, genau. Ähm, einfach als weiteres Beispiel. Äh, A schickt also all seine Events auch einfach mal an C, ähm, währenddessen schreibt B vielleicht gerade nochmal wieder, ne, das kann alles irgendwie gleichzeitig wild rum passieren, aber diese Vector-Clocks geben uns halt diese Eigenschaft, wir können zu jedem Grider mal sagen, ob der, ob der irgendwie parallel war, äh, 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 concurrent war oder nicht. Ähm, und ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, dass wenn jetzt alle irgendwie, wenn ich jetzt mal eine Weile lang nichts mehr schreibe, ne, nirgendwo, und alle irgendwie so munter rum synken, dass es dann irgendwann konvergiert zu, zu diesem Zustand, wo alle, alle haben die gleichen Updates in ihrem Log, nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge, weil je nachdem in welcher Reihenfolge man halt so gesynkt hat, so, ne, landen halt vielleicht mal das eine Update früher oder das andere Update früher, äh, aber zumindest haben jetzt alle irgendwie den gleichen Wert, äh, das gleiche Log und würden also auf jeder Anfrage irgendwie, was ist der aktuelle Wert, immer auch mal die gleiche Antwort geben. So. Und das, dieses Konzept nennt sich kausale Konsistenz, ähm, das ist so eins von diesen Konsistenzkriterien, äh, das ist aus Gründen schön, ähm, und, äh, ja, ja, okay, ich meine, Fragen soweit, wir wissen jetzt quasi, wie wir einen Wert nehmen und den irgendwie verteilen können, auf eine Art und Weise, was kausale Konsistenz de facto sagt, ist, äh, wenn ein, wenn Event A vor Event B passiert ist, dann werden auch alle Knoten immer Event A vor Event B wahrnehmen. So. Äh, wenn die beiden nicht kausal relatiert sind, dann weiß man nicht, was passiert, aber zumindest wenn sie das sind, dann können wir das wahrnehmen. Und diese gesamte Maschinerie ist eigentlich nur dafür da, um genau diese Garantie zu machen. Ne? So. Das ist so die einfache Theorie dahinter, so, konzeptionell, hat man jetzt verstanden, wie man so eine kausal konsistente Datenbank bauen kann. Ähm, so ein paar Sachen sind dann auch unschön. Äh, zum Beispiel will man vielleicht mehr als nur einen Wert schreiben, aber das ist ja gar kein Problem, wir sagen einfach, wir schreiben nicht einfach nicht, nicht nur den Wert ins Log, sondern auch quasi welchen Namen, welchem Register wir das zugewiesen haben, als zusätzlichen String oder so, und verfolgen das. Und dann kann A einfach sagen, oh, was ist X? Naja, ich gehe mal alle Updates durch, die auf X geschrieben haben, und mache da dann wieder die gleiche Resolution, irgendwie, was sind die, welche Updates haben welche obsoletiert. Ähm, und das heißt, ja, wir können das jetzt relativ einfach verallgemeinern auf beliebig viele Keys. Ähm, äh, was, wie, wo, was? Äh, ich habe zwar mal die gleiche Folie, cool. Ähm, so, dann wäre das irgendwie für so, in der Praxis auch ganz cool, wenn wir dann auch Werte löschen können. Da müssen wir, da können wir, wenn wir einfach nur die Werte aus dem Log löschen, wenn wir irgendwie sagen, ich will jetzt X löschen, kriegen wir dieses Problem, wir können auf einmal keine Konflikte mehr erkennen, was ist, wenn jemand, wenn zwei, wenn ein Knoten den Wert löscht und ein anderer Knoten ihn gerade schreibt. Wir würden das gerne erkennen, aber wenn wir einfach nichts mehr davon wissen, ist das blöd. Deswegen führen wir, machen wir etwas, das nennt sich Tombstoning, das heißt, wir schreiben einfach einen spezifischen reservierten Wert da rein für, oh, das wurde jetzt gelöscht. Äh, und dann können wir irgendwie sagen, ja, okay, hier wurde X auf, äh, Empty Menge gesetzt und hier wurde X auf 1 gesetzt und die landen beide im Log. Und, ah, okay, das passierte an 4, 2, 0, das passierte an 0, 0, 2, das ist ein Konflikt. Ein Knoten hat den gelöscht und ein anderer Knoten hat den geschrieben. Weiß ich Bescheid, kann ich mir ja überlegen, wie ich das gerne jetzt resolven würde. So, das heißt, wir haben jetzt viele Knoten, äh, viele Register, können die sinken, wir können Dinge löschen. Ähm, dann wäre es irgendwie noch schöner, eine Sache irgendwie, wenn man sich das so anschaut, ist so, oh ja, ich kotze dir irgendwie jedes Mal so mein gesamtes Log da rein. Ähm, wenn wir irgendwie eine Datenbank schreiben, ist das vielleicht nicht so praktisch, weil unser Log potenziell groß wird. Ähm, aber das kann man, kann man voll, viel effizienter machen, ne, angenommen, wir spulen jetzt ein bisschen zurück. Wir haben irgendwie diese Situation, also A hat irgendwie nach X geschrieben und nach Y geschrieben und irgendwas gelöscht und dann hat B hier mal rüber gesüngt und C hat hier mal rüber gesüngt, dann sind das so die Logs, kann man sich so überlegen. Die Folien verlinke ich alle, keine Sorge, also ich weiß, dass das gerade zu schnell ist, aber ähm, äh, dann, äh, also angenommen, das ist unsere Situation und angenommen, jetzt will irgendwie B mal mit A synchronisieren, ne, dann können wir das alles effizienter machen, indem wir, wenn wir uns mal auf A und B, äh, äh, konzentrieren, äh, indem B einfach, statt dem das ganze Log hinzukotzen, sagt B einfach, hallo, diese zwei Werte, äh, kenne ich. Und jetzt ist die Frage, naja, B kennt eigentlich drei Werte, ne, äh, aber, äh, B kann, äh, ein, quasi eine, eine minimale Menge auswählen an Werten, die alle anderen dominieren, ne, also zum Beispiel muss, muss, muss B das 0, 2, 0 nicht hinsenden, weil, wenn B ein Update an 0, 3, 0 kennt, dann muss es auch alle Updates an 0, 2, 0 kennen, weil kausale Konsistenz, ähm, und das heißt, äh, 0, 2, 0, da muss A gar nichts von wissen, dass B das kennt, ne, B sagt einfach, hey, by the way, mein neuster Stand ist, ich kenne hier irgendwie 0, 3, 0 und 0, 0, 2, die beiden sind unvergleichbar, deswegen muss er beide schicken, ne, und dann kann A sagen, hergehen und sagen, oh, okay, du kennst die beiden, naja, okay, 2, 0, 0, ah, 2, 0, 0 kennst du also noch nicht, weil 2, 0, 0 ist unvergleichbar mit den beiden, 3, 0, 0 kennst du auch noch nicht, ist unvergleichbar mit den beiden, 0, 2, 0, ah, 0, 2, 0 kennst du schon, 0, 2, 0 muss ich dir nicht schicken, weil du kennst 0, 3, 0, also kennst du 0, 2, 0, äh, und, ah, 4, 2, 0 kennst du auch noch nicht, weil 4 ist größer, und muss ich mal also nur, muss Schick B halt genau die drei Werte, die B noch nicht kennt, die A kennt, die B noch nicht kennt, cool, ähm, und dann kann A außerdem direkt noch mitschicken, ah, und by the way, das ist übrigens das äquivalente Set für mich, ne, irgendwie 4, 2, 0, alle Werte, die ich kenne, sind irgendwie kleiner als 4, 2, 0, ähm, oh, die Uhrzeiten hier oben stimmen natürlich nicht, weil Copy-Paste-Error, anyway, äh, und dann schickt B, äh, also diese, während es irgendwie die Updates mitsendet, auch nur mit, und by the way, das ist übrigens, was ich so weiß, und dann sagt B, ah, cool, äh, by the way, hey, diese beiden Updates hab ich hier, die hast du noch nicht, ne, äh, hat diese 0, 0, 2, die ist offensichtlich unvergleichbar mit dem, und die 0, 3, 0, die ist auch unvergleichbar mit dem, äh, und jetzt, äh, voll toll, äh, ups, haben, haben A und B genau den gleichen Stand, äh, und two-way gesenkt, und quasi die minimale Menge an Updates und Informationen rumgesendet, die irgendwie nötig war, um das zu erreichen, voll cool, ähm, dann wär das irgendwie noch cool, wenn, ne, irgendwie, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das ein paar Jahre benutzt, ne, und ihr appendet immer nur Werte, wird das irgendwann lang, das wär ganz cool, wenn wir irgendwie Garbage Collection hätten, jetzt ist irgendwie das Problem, ha, Garbage Collection, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass wir nichts löschen, was jemand anderes noch nicht kennt, weil sonst kriegt der irgendwie Probleme, der will die ja auch halt erkennen, ähm, und was wir da machen können, ist, wir sagen einfach, naja, jeder Knoten schreibt einfach ab und an, so, weiß nicht, so einmal am Tag oder so, ähm, ähm, seine eigene, seine eigene aktuelle Uhrzeit in diese verteilte Datenbank, ne, sagt, hey, ich weiß übrigens, Knoten mit ID sowieso, hat übrigens Uhrzeit sowieso, ähm, und dann können alle anderen Knoten, dann kann ein Knoten einfach über die Liste aller, äh, IDs rübergehen und sagen, ah, was sind jeweils eure Uhrzeiten, kann ein Update hernehmen und sagen, okay, kennt dieser Knoten dieses Update, ne, weil er weiß, was die Uhrzeit ist, er weiß, wann das Update passiert ist und kann das einfach vergleichen, großartig, äh, ja, nein, vielleicht ein bisschen, geht alle Listen durch und wenn sie irgendwie ein Update findet, welches, ah, überschrieben wird von einem späteren Update, weil, ich meine, offensichtlich wollen wir nicht das letzte Update löschen, eines Werts, ähm, und auf der anderen Seite aber allen Knoten bekannt ist, dann kann das offensichtlich weg, kann er das einfach wegwerfen, wird es nie wieder benutzen, transparent, nobody will ever notice, äh, und dann, so können wir halt aufräumen und dafür reicht das halt, wenn wir gelegentlich mal irgendwie unsere aktuelle Uhrzeit da reinschreiben, weil wir wollen ja nur gelegentlich Garbage-Collectant, ja. Das funktioniert aber nur, wenn die Kamera läuft, wenn wir gestoppt. Ja, ähm, genau, äh, gleich, äh, genau, ähm, und, äh, du erkennst, wir erkennen aber Konflikte und, und, und alles. Der Einwand mit, wenn Noten, in der Knoten stoppen stimmt, äh, habe ich hier nicht, äh, nicht aufgeschrieben, ähm, in dem, die Vektor-Clock, wie gesagt, Vektor-Clocks haben irgendwie so eine statische Sicht auf die Welt, ähm, ITCs erlauben das auch, wenn du Knoten entfernst und wieder, äh, äh, zufügst, selbst da kann es aber natürlich passieren, dass ein Knoten stoppt, ohne zu sagen, hey, ich bin jetzt übrigens kaputt, ne, so, also angenommen, ich habe irgendwie, mein Handy geht verloren oder wird geklaut oder so, was passiert, kann man nie wieder Garbage-Collectant, ähm, die Antwort ist, nein, man kann exakt das gleiche Ding da draufwerfen, nur komplizierter, ähm, ist zumindest, was ich mir überlegt habe, ich habe das jetzt noch nicht bewiesen oder hingeschrieben oder implementiert, aber, ähm, in der Theorie kannst du sagen, kannst quasi, äh, wenn ein Knoten sich zu lange nicht gemeldet hat und irgendwer das merkt, könnte der sagen, hey, dieser Knoten hat sich lange nicht gemeldet, schreibt in die Datenbank, hey, dieser Knoten hat sich lange nicht gemeldet, ich würde den gern kicken und dann wartest du eine Woche oder so, äh, und wenn nach einer Woche noch niemand Nein geschrien hat, dann sagst du, oh gut, jetzt ist er gekickt, äh, das musst du in mehreren Phasen machen, um sicherzustellen, das bla bla bla, aber mit eben genau diesen, dieser, was dieser Mechanismus dir halt im Allgemeinen gibt, ist, dieser Mechanismus erlaubt dir genau zu sagen, welche Knoten haben welche Updates bereits gesehen oder noch nicht gesehen und das heißt, du kannst Konsens, Konsens darüber herstellen, welche Knoten inaktiv sind, solange alle anderen Knoten sagen, ja, ich stimme zu, diese Knoten sind voll inaktiv, ähm, kannst du das machen, ähm, ist ein mehrstufiger Prozess und muss man sich irgendwie mal genau hinsetzen und aus Boldovan, aber das ist zumindest, meiner Meinung nach geht das, genau, ah, sehen wir dann, äh, genau, und ja, und das bedeutet, was uns all diese Schose gibt, ist, wir können letzten Endes, wenn wir das so implementieren und bauen und haben, äh, können wir quasi Anwendungen schreiben, die man offline benutzen kann, ne, also ich kann einfach beliebig viele Geräte benutzen, wenn ich ITCs habe, ähm, und, äh, kann einfach in, auch, auch in der Bahn oder in Deutschland, äh, irgendwie arbeiten, wenn gerade kein WLAN da ist, weil Deutschland, ähm, und, äh, kann mir dann aber gleichzeitig sicher sein, dass, sobald ich wieder online bin, quasi so viel Konsistenz hergestellt wird, wie möglich, weil das ist genau der Punkt an dieser kausalen Konsistenz, ist, das ist das, das strikteste Konsistenzmodell, was du geben kannst, was du garantieren kannst, während du gleichzeitig erlaubst, dass offline, dass deine Datenbank offline verfügbar ist, äh, es gibt deutlich striktere Anwender, weil offensichtlich ist irgendwie high, es gab hier einen Konflikt, kümmer dich, nicht das einfachste, einfachste, benutzendste Modell für so eine Datenbank, ne, aber wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr, müsst ihr aufgeben, diese, diese Offline-Verfügbarkeit, und das heißt, das gibt uns genau diesen Trade-off, so, und das ist es tatsächlich genau der Trade-off, in dem ich gerne leben würde, ich würde gerne meine Sachen irgendwie offline benutzen können, und ich will gerne, dass Dinge irgendwie aber regelmäßig mit anderen Geräten gesynkt werden, ähm, und ich möchte gerne wissen, was konstant ist oder nicht, schon, deswegen quasi seit einem Jahr oder sowas, baue ich das gerade alles. Äh, anyway, äh, Ende. Nicht, nicht ganz, ja. Ist ja, die Variante, dass du überlegst, dass du überlegst, dass du in dem, in dem, in einem guter Timeout. Äh, ja, und du musst, also du musst natürlich, du musst dir überlegen, was, was ist ein guter Timeout, ähm, aber es ist schon noch zwei, drei Stufen komplizierter als ein klassischer Timeout, aber ja, weil, ich meine, irgendwie musst du, ne, äh, du kannst natürlich auch sagen, also, du kannst natürlich diesen Prozess auch manuell anstupfen, ne, du kannst natürlich auch manuell sagen, hey, ich weiß, dass dieses Gerät nicht mehr existiert, äh, du willst trotzdem diese Garantie haben. Ähm, und wie ich das gemacht habe, ist, um zu verhindern, ich meine, also, was du halt, das Problem, das du natürlich bekommst, ist dann, äh, dass es passieren kann, dass du sagst, wir kicken diesen Knoten jetzt, und sich dann der neue, der, der Knoten auf einmal wieder meldet, ne, äh, und, um, um, um quasi das zu verhindern, ist, das gesamte Management des Netzwerks passiert über exakt das, die, die, die gleiche Storage, ähm, das bedeutet, sobald du einen Knoten gekickt hast, äh, kann der sich nicht mehr verbinden, dann kriegst er einfach einen Nope, und dann musst du den halt neu einrichten und neu sinken. Ähm, ähm, ja, exakt, und deswegen diese, und das ist genau, weswegen das irgendwie schwieriger ist, als einfach so ein Timeout, weil einfach so ein Timeout, again, wir haben keine Uhren, ne, wir wissen nicht, wie spät es ist, so. Also, du musst quasi ein Band haben, wo du weißt, dass jeder Knoten, äh, braucht quasi eine, 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 eine Rektor, die wir in einem Timeout haben, und die du ableiten kannst, dass alle Knoten, ähm, das nicht wie diesen Knoten rauskicken, gesehen haben, auch in den en Knoten. Ja, exakt, und das, und das, und das heißt, ups, du kannst ja, du kannst ja announceen in, unter einem bestimmten Key, unter einem vordefinierten, klaren Key, ich möchte diesen Knoten jetzt kicken, und dann kannst du ja einen Tag später gucken, ob dies, wer dieses Update alles gesehen hat, äh, du musst mindestens noch eine Phase obendrauf stecken, um auch wirklich jetzt zu sagen, okay, jetzt ist auch committed, und du musst auch klar definieren, was es heißt, dass du da nicht den Race bekommst. Und das habe ich noch nicht alles aus, weil du was. Aber das geht. Sage ich confidently. Vielleicht geht es auch nicht und ich sehe dann dumm aus in einem Jahr, aber ich glaube, das geht. Bis dahin geht das. Bis dahin weiß ich, dass es geht. Aber fun fact, ich habe heute beim Machen der Folie einen Bug gefunden in meiner Intimulation, aber whatever. Ja, anyway. Noch mehr Fragen? Ja, nein, vielleicht ein bisschen. Ja? Es kamen bei deinen Modellen nicht nur die kausale von den Fans, sondern primär auch die Conflict-Resolution. Weil ich meine, du verschiebst das Problem in irgendwo anders hin. Bei klassischen Modellen, wo du halt die kausale Ordnung nicht erhältst, hast du halt alles oder gar nichts. Aber hier musst du dich halt sehr stark darum kümmern, was es eigentlich heißt, die jetzt für die zwei Dinge gleichzeitlich zu machen. Was wurde das? Kannst du da auch welche Ansätze, die was sie dort reinstellen können? Okay. Es gibt schon noch zwei Stufen dazwischen. Also ich bin zwischen zwei verschiedenen Konzepten. meine persönliche Meinung ist, kümmere ich mich nicht drum. Vielmehr, ich kümmere mich drum, wenn ich die Anwendung schreibe. Ich schreibe auch eine Anwendung da drauf, also ich schreibe gerade ein Fuse-Datei-System auf der Basis. Und da muss man die Entscheidung natürlich dann mal machen. Aber meine Meinung ist erstmal so don't know. Ich glaube nicht, dass eine Datenbank oder also dass der Storage-Layer da eine Antwort geben kann. Punkt. Geht nicht. Die andere, was CouchDB zum Beispiel macht, CouchDB hat ähnliche Konsistenz, garantierlich, ist CouchDB gibt dir die Möglichkeit, eine Funktion zu definieren, die zwei Argumente nimmt und einen Return hat, die ein Merge ist und dann, wenn CouchDB sieht, oh, da ist ein Konflikt aufgetreten, dann ruft es deine Funktion mit den beiden Sachen auf und schreibt dann das Resultat in die Datenbank stattdessen. Das ist, deswegen sage ich, das ist so ein Zwischending. Again, ich habe das noch nicht komplett ausbaldowert und ich bin mir nicht ganz, ich bin mir da nicht ganz sicher, was CouchDB genau macht, weil die Frage ist, wer schreibt dieses, den Merge zurück und dann, genau, und dann musst du halt garantieren, damit das funktioniert, damit da ein wohl definiertes Ergebnis rauskommt, musst du garantieren, dass die Merge-Funktion kommunativ und assoziativ ist und die Frage ist, ist sie das und die meisten sind es nicht und dann, CouchDB sagt dann Disclaimer, du musst halt sicher gehen, dass es das ist und das können wir nicht beweisen und deswegen vertrauen wir dir da und das ist auch okay, aber A, alleine mit dieser Frage, wer macht eigentlich diesen Right-Back, ich bin mir nicht sicher, dass in allen Situationen das auf das korrekte Ergebnis konvergiert oder nicht korrekt, weil korrekt ist, I don't know, was auch immer korrekt bedeutet, für CouchDB ist das korrekt, weil das ist die Semantik, die sie geben, aber meine persönliche Meinung, also was ich vorhabe ist, ich will auf, ich will on top of this quasi APIs geben, die dir ein paar Abstraktionen geben, wo es geht, es gibt etwas, das nennt sich Commutative Replicated Datasets, Datatypes, 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 CRDTs, die im Wesentlichen exakt diese Dinge machen und wo du halt auch diese Merge-Funktion hast, die dann halt kommutativ und assoziativ ist, deswegen Commutative und so und da ist zum Beispiel so ein Set, in das du nur Dinge zufügen kannst, gehört dazu, so, das hat eine wohl definierte Merge-Funktion, kannst du implementieren, kannst du bauen, ne, so, oder ein Counter, der nur hochzählen kann, kann man bauen, so, und das heißt, mein persönlicher Plan ist, diese API als, die Grund-API zu geben und dann aber halt auf der Basis weitere Dinge zu geben, sodass du sagen kannst, ich möchte, dass das hier die Semantik eines Add-Only-Sets hat, eines Append-Only-Sets hat oder so, was das dann umsetzt, aber ich persönlich glaube an die Semantik, zu sagen, du handelst es erstmal a priori auf das Storage-Layer hat keine Ahnung, weil es gibt echt nicht so furchtbar viele Merge-Funktionen, die irgendwie kommutativ und assoziativ sind, die andere Sache ist eigentlich ein anderes System, was ihr irgendwie alle kennt, was auch ungefähr so funktioniert, das Git, Git ist aus bestimmten Sichten auch irgendwie sowas wie eine verteilte Datenbank und die ist aus bestimmten Sichten auch sowas wie kausal konsistent und die ist ein bisschen anders implementiert und again, different trade-offs und so und wie Git das macht, naja, wenn ein Konflikt auftritt, dann sagt Git, Gnose und du musst das halt manuell merchen, so, das ist eine andere Art und Weise das zu lösen, ist, wenn, sobald du einen Konflikt da stehst, hörst du auf zu zu surfen und sagst, da muss ein Nutzer kommen und das irgendwie fixen, so, ähm, aber die Anwendung muss das fixen, ist ja das Call-Stick-B-Level, ne, ähm, und, ja, ich meine, same div, äh, ja, same div, aber, ähm, ich will, also, der Punkt ist, ich will halt nicht, ich will halt nicht interaktive Anwendungen haben, ähm, ich will halt spezifisch nicht die ganze Zeit merchen müssen, ähm, aber wenn ihr schon mal einen Git-Merch gemacht habt, dann wisst ihr auch, dass es keine allgemeine Merch-Funktion gibt, die immer funktionierend und das korrekte Ergebnis liefert, ähm, so, ja, 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 nicht manuell zumindest, ähm, äh, deswegen stelle ich mich da auf den Standpunkt, also, ah, es bleiben, die Updates bleiben auch drin, man kann auch, man kann tatsächlich auch, und auch da habe ich mir, man kann sich clevere Tricks überlegen, um zu garantieren, dass, du kannst den Writeback an sich machen, den Call-Stick-B-Mach macht, und garantieren, dass genau ein Knoten diesen Writeback macht, ähm, ist aber ein bisschen, also, ist wieder knifflig und so, ähm, und ich persönlich stelle mich da auf den Standpunkt, nee, ich lasse einfach beide Werte drin und wenn du den liest, sage ich dir hier, Konflikt, mach, ähm, ich meine, in dem Dateisystem, was ich mache, mache ich, wenn, äh, du, wenn, wenn, wenn was konfliktet irgendwie ein Verzeichnis ist, dann wird gemerged, ne, irgendwie, so, wenn was konfliktet irgendwie eine Datei ist, dann geht nichts zu mergen, dann schaue ich halt doch mal auf die M-Time, auf die Uhr und tue so, als sei die vertrauenswürdig, dann ist manchmal das Ergebnis falsch, aber dann mache ich irgendwie so einen lost and found directory oder so, don't know, mal schauen, ähm, und irgendwie, wenn sich Attribute ändern, dann nimmt man irgendwie das Maximum, das ist so nach dem Motto, ähm, aber ja, äh, don't know, muss, muss ich die Anwendung rumkümmern, aus meiner Sicht, aber ja. Okay, hat jemand, weiß jemand, wie ich das nennen soll, diese Datenbank? Ich habe keinen Namen. Ich nehme, ich nehme Vorschläge für Namen an. Ähm, sonst, danke. äh, Vielen Dank.